Ich arbeite im Labor. Im Labor haben wir gleichzeitig unsere Computer. Das heißt, es ist eine Mischung aus Büro und Labor. Also ich finde es sehr nett, dass wir jeden Tag Äpfel zur Verfügung gestellt bekommen und wir haben auch ein gratis Mittagessen von Montag bis Donnerstag. Das wird frisch angeliefert, kann sich jeder aussuchen. Das finde ich sehr nett. Die Parkplatzsituation ist bei uns auch toll, weil wir haben genug Platz am Gelände, dass alle Mitarbeiter parken können. In der Produktion haben wir einen Schichtbetrieb und eine Viertagewoche und meine Schicht beginnt um sechs Uhr in der Früh und geht bis Viertel fünf. Gerätetechnisch sind wir gut ausgerüstet. Falls wir ein neues Gerät brauchen sollten, bekommen wir das auch. Also es gibt im Industriezentrum direkt einen Kindergarten, der ist nicht weit von der Firma entfernt und man kann die Kinder ab zwei Jahre in eine Kinderbetreuung bringen. Die haben sehr lange Öffnungszeiten und man kann das an die Arbeitszeit eigentlich sehr gut anpassen. Die Work-Life-Balance ist gegeben hier bei meinem Job. Vor allem der Freitag ist mir wichtig. Da kann ich spätestens um 13 Uhr gehen und habe somit ein relativ langes Wochenende und kann das genießen. Durch die Viertagewoche bei Vimakras bringe ich mein Privatleben sehr gut unter den Hut.